Prozent er hat die Sprung ohne Rüstung rum ne ja wie er Prozent tut mir leid okay dann ziehe ich sie aus da habe ich absolut nicht mehr dran gedacht schön wäre wenn man das jetzt zurück kraften kann Warte da le... was machst du denn jetzt warum hast du hier wasser gemacht weiß nicht das hier oben ist ein Wasserfall ja ich weiß warte ich lege die mal schnell in meine Ruhe ach das hast du schon... ne hä? was denn? das ist jetzt reinzufällig dein Dings entlang gelaufen ja ich weiß weil hier oben ist ja Wasser ne hier drin ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich lege mal kurz die äh die Diamantrüstung weg bin mal kurz in meinem in der LPT äh in der Community Map dass ich hier die Diamantrüstung reinschmeißen kann da kann ich hier auch gleich mal noch die Chest hier daneben tun und dann kommt jetzt hier die Diamantrüstung rein und und bin bin wieder da juhu jetzt müsste ich wieder da sein ja da bist du ich seh dich siehst du mich hier ja wie sieht es eigentlich aus wenn ich so mache hm ein bisschen komisch naja so hier ja sieht ein bisschen äh creepy aus ich finde es sieht immer lustig aus wenn man jetzt was in der Hand hat und du stell dich mal vor mich und scroll mal durch ganz schnell das sieht das sieht immer witzig aus ja mach du mal ich will mir das ja ah ok wobei das kann ich dich damit kann ich dich anschmeißen und toll nicht getroffen wo ist es jetzt hin weiß ich nicht ich hab's wahrscheinlich aufgesammelt meinst du nee ich hab mich beworfen und nicht damit ach so dann ist nichts rausgekommen ich lebe mich mal schlafen jup mach das bett als spawn gesetzt ja ja ach wahrscheinlich äh weil wir admins sind und wenn sich ein admin ins bett legt dann dann äh ja wie gesagt dann geht das auch dann reicht's wenn sich nur der admin ins bett legt wahrscheinlich ist das eine mögliche Möglichkeit so jetzt haben wir 1,2,3,4,5 früher haben wir jetzt supi wobei der dropper der ist nicht so gut gewesen der funktioniert nicht so wie er eigentlich sollte glaube ich ja 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 und warum ist dieser baum eigentlich noch da da ist noch ein stück holz welcher baum ach ist immer noch 1 2 sogar ja dann mach mal die birke auch weg damit die sich dann nicht mehr weil das ja dann irgendwie sich verbunden hat oder so keine ahnung mach die vielleicht auch mal noch mit weg mach ich noch 10 minuten ja 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 ich sag's dir ja nur noch ok 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 ich hab auch schon so lange geschlafen ey warum bin ich denn so müde tja das das ist das wetter darum war ich ja heute nicht äh da was ich eigentlich wollte und äh Roy hatte dann auch noch gesagt ah ne er hat heute auch keine also äh Lust will auch nicht so beziehungsweise er würde gerne aber er kann nicht weil seine Eltern irgendwie ein Problem hatten und da hab ich gesagt oh ne bei dem scheiß Wetter alleine hm 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 hast du keine Lust oh man warte mal ganz kurz wie was los ah ich hätte jetzt ja hätte mich nicht jetzt gemutet dann wärt ihr wahrscheinlich die Ohren weggeflogen ich musste grad ich hab musste gerade so sehr husten achso es ging grad gar nicht ähm ähm aber da müssen wir mal gucken du äh wie sieht denn das bei dir weil ich ja jetzt am Wochenende kommendes Wochenende nicht da bin ja wie sieht das dann bei dir überhaupt mit der Aufnahme aus das war dann unter der Woche mal ich hab Spätschicht hast Spätschicht ah ne das geht ja das geht ja überhaupt nicht ja genau hm 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 na gut dann na dann muss ich halt dann fällt es dann eben aus ja zumindest dann nächstes Wochenende dann wahrscheinlich dann ja nächste Wochenende ist ja dann der ja das müsste nächstes Wochenende wieder der 21. sein ja genau also ich meine ich bin abends immer on ne aber das schließt du ja schon wenn ich zu Hause bin ja naja siehst du ja wenn du Spätschicht hast hast du erst 22 Uhr fertig bist du erst dann fertig und bist dann zu Hause ist es 23 oder 24 Uhr ja so äh jetzt brauch ich redstone also ich der dropper macht nicht das was er soll ganz ehrlich wieso teig mal wenn ich wenn ich hier rauf geh ne hm äh oder muss da auf der gleichen Höhe sein eigentlich nicht ok das ist der Spender das ist der Spender hm 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 gute Frage ne warte hier steht dass der Spender als Gegenstand hm warte dann ich baue mir mal so'n 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 Werfer das hm hm dann probier das mal ja toll ich baue nen Bogen dafür haben wir zu welchen Bogen irgendwo ne glaube ich jetzt nicht aber ich müsste mir mal gerade oder wir haben genug äh hm hm haben wir Fäden haben wir jetzt muss ich mal gucken ich kümmere mich drum ich gucke mal hm äh hier äh ne hier oben sind Fäden unten nicht? du brauchst gar nicht runterrennen zu spät ich bin jetzt schon unten ok und wir haben definitiv genug Fäden ja ja na hier oben auch soo pissen ei ok soo jetzt muss ich erst mal gucken wie viel also oh Gott ich brauch noch hast hast du hast du hast du ordentlich was an Holz? ich hab das in deine Kiste geschmissen um ah ok das dürfte vielleicht reichen für die Pistons hoff ich mal Pistons hab ich selber noch ich hab selber noch 10 ach so 10 hast du noch na super wenn ich dann oben ankomme ich brauch ein paar mehr ich brauch ein paar mehr ja ich muss sowieso nach unten weil ich Slime Bows brauche ich brauch Sticky Pistons ok also wir können natürlich auch normale Pistons machen aber wir wollen ja auch mal die Slime Bows nutzen wir haben so viele wir haben so viele und Redstone naja bin ich auch am nutzen ne ich meine hier für den äh für den Dispenser hm so wo bist du denn? hier ich pack die ich schmeiße die hin ja hm wo sind denn jetzt da? hast du? ja ne noch nicht ah aber ich kanns grad nicht aufnehmen weil ich voll bin äh weil die Kühe wurden so auch nicht gefüttert vorhin ah ok jetzt mal ob das jetzt klappt weil es wär natürlich cool wenn die Kühe sich selber halt vermehren ne? mhm so jup jup oh ich hör ja wieder irgendwo nen Slime das ist sehr schön ja ja auf der Mittelhöhe war da irgendwie wat soo dann müssen wir mal gucken wie war denn das jetzt? wie wie einfach die einfach die Pisten genau ja drüber ein Slime Ball ja auch nicht ey das gibt's doch nicht sind beide genau das gleiche muss ich die checken? aber wo ist dann der Unterschied zwischen beiden? ja ich weiß auch nicht hast mir zwei Eimer? äh ich hab einen Eimer mit Wasser aber wir haben ja genug Eisen ja mach ich würd mal gerne wissen ob der eine nun entleert wird oder nicht achso warte ja da geb ich den ja einen hab ich jetzt gerade ok guck er hier pass auf also erst hier und dann hier hm dann mach mal den Wassereimer rein ja ah eine andere ja ah ok also beim Dispenser wird er entleert hm 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 ok dann probier ich das jetzt mal bei den Kühen aus bei welcher sie gefüttert werden und bei wem nicht hm 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 so ich brauche jetzt ein Eise noch hm und Pistons brauche ich äh acht sechzehn plus nochmal acht macht vierundzwanzig Sticky Pistons hm hm ähm wo weren nochmal das Rezept für Pistons ähh ein Stück Redstone Ne Quatsch ähh dann habe ich noch im Inventar Kappel-Stone steht Kappel-Stone ich hab das mit Stone gemacht so dann hier Eisen rein hier Redstone rein 1 2 3 wie viel hatte ich gesagt wie viel Pistens brauche ich 24 20 so viele klar soll ja vollautomatisch das Erntefeld werden so dann haue ich jetzt erst mal die Pistens rein beziehungsweise wird man das wahrscheinlich das nächste mal machen und klappt so wie du das denkst nee leider nicht schade überhaupt nicht Na gut dann liebe Freunde war's das für heute und ihr habt ja vorhin schon gehört jetzt wird mal wieder eine kurze Pause dazwischen sein eventuell ne ja eventuell müssen wir mal gucken ich werde dann vielleicht mache ich auch die Folgelängen ein bisschen kürzer damit wir halt ein paar mehr Folgen haben das war vielleicht nur so wirklich Viertelstunde da haben wir jetzt anderthalb Stunden gespielt da haben wir vier, fünf, da haben wir dann sechs Folgen da reicht eigentlich für eine Woche erstmal ja na dann auf jeden Fall dann macht's gut wiedersehen hat mich Spaß gemacht ciao tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020